Diese Nahrungsmittel für gesunde Nieren solltest du regelmäßig in deinen Ernährungsplan einbauen, um dieses lebenswichtige paarig angelegte Organ zu schützen. Die Nieren spielen für die Gesundheit eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur, weil sie Reststoffe über den Hahn ausleiten, sondern auch weil sie das Blut filtern und an der Bildung von wichtigen Hormonen beteiligt sind. Solange die Nieren richtig funktionieren, denkt man selten an sie. Doch nur mit diesem Organ kann der Organismus von Giftstoffen befreit werden, die ansonsten zu Krankheiten führen könnten. Deshalb sind auch Nahrungsmittel für gesunde Nieren von großer Bedeutung. Darüber hinaus solltest du nicht vergessen, Schadstoffe so gut wie möglich zu meiden, um die Nieren nicht zu sehr zu belasten. Eine ausgeglichene, welche die Nierenfunktionen optimieren und so die Ausleitung von Schadstoffen und im Gewebe eingeleiteten Flüssigkeiten stimulieren. Rote Paprikas enthalten Kalium und Natrium. Zwei Minerale, die Entzündungsprozesse stabil halten, solange sie in ausgeglichener Menge vorhanden sind. Die Vitamine und Mineralstoffe dieses Gemüses unterstützten die Zellregenerierung und wirken gegen die negativen Effekte der freien Radikalen auf gesundes Gewebe. Patienten mit Niereninsuffizienz und Infektionen werden rote Paprikas empfohlen, da damit Entzündungen bekämpft werden können und außerdem auch der Elektrolythaushalt ausgeglichen wird. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. 7 Zeichen einer Erkrankung der Nieren 7.120.678 Besser-Sizes-Desktop-Generic-Box-Mittel-Ab-Binde-Grösser als Google Tag CMD 7.120.678 Besser-Sizes-Desktop-Generic-Box-Mittel-Ab-Binde-Ab-Binde-Grösser als Google Tag 7.120.678 Besser-Sizes-Desktop-Generic-Box-Mittel-Ab-Binde-Grösser als Google Tag D1503391743112-0 Set-Targeting Red Faults Set-Targeting Section 1 Set-Targeting URL 7 Nahrungsmittel für gesunde Nieren Set-Targeting Topic Default Set-Targeting Mafil-Type Get-MRFP Set-Clip-Sempty-Div True True Ad-Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPT AD1503391743112-0 Kleiner als 7.120.678 Besser-Sizes Sizes-Desktop-Generic-1x1-Größer-als-Google-Tag CMD, Push-Function-Google-Tag Define-Slot 7120678 Besser-Sizes-Desktop-Generic-1x1 1.1.DIVGPTAD1513094690767-0 SETTARGETING RET, FOLTS SETTARGETING SECTION 1.SETTARGETING URL 7 Nahrungsmittel für gesunde Nieren SETTARGETING TOPIC DEFOLT SETTARGETING MAFILTYPE GetMRFP Z-KALIBSEMPTYDIF True True AdService Google Tech Pubatz Google Tech Pubatz KALIBSEMPTYDIF Google Tech Enabled Services Google Tech Display DIVGPTAD1513094690767-0-2 Nahrungsmittel für gesunde Nieren Zwiebel Die Zwiebel ist für ihre antioxidativen Wirkstoffe bekannt und kann auch viel für die Gesundheit der Nieren tun. Die Zwiebel enthält Quercetin, eine Substanz, die Zellschäden gesunden Geweben von Herz und Nieren verhindert. Darüber hinaus zeichnet sich die Zwiebel durch die darin enthaltenen Schwefelverbindungen aus. Darunter befindet sich auch der Wirkstoff Allicin. Die Entzündungen lindern und der Ansammlung von Schadstoffen vorbeugen. Die Zwiebel wirkt antibiotisch und ist deshalb auch in der Prävention gegen bakterielle und virale Infektionen ausgezeichnet. Auch hier findest du Wissenswertes, warum du immer Zitrone, Knoblauch und Zwiebeln im Haus haben solltest. 3. Nahrungsmittel für gesunde Nieren Auberginen Rote Paprika enthalten entwässernde und antioxidative Wirkstoffe, welche die Nierenfunktionen optimieren und so die Ausleitung von Schadstoffen und im Gewebe eingeleiteten Flüssigkeiten stimulieren. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. 7 Zeichen einer Erkrankung der Nieren Die Zwiebel ist für ihre antioxidativen Wirkstoffe bekannt und kann auch viel für die Gesundheit der Nieren tun. Die Zwiebel wirkt antibiotisch und ist deshalb auch in der Prävention gegen bakterielle und virale Infektionen ausgezeichnet. Auch hier findest du Wissenswertes, warum du immer Zitrone, Knoblauch und Zwiebeln im Haus haben solltest. Auberginen enthalten viele Vitamine und Mineralien, die nicht nur die Nierengesundheit fördern, sondern auch das Herzgefäßsystem gesund halten. Trockenfrüchte sind reich an essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren und Antioxidantien. Sie sind unter anderem auch für die Gesundheit der Nieren sehr vorteilhaft. Kaltwasserfisch Auch blauer Fisch genannt, ist eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Aminosäuren und Mineralstoffe dieser Fischsorten reduzieren das Risiko für Entzündungen und fördern die Zellregenerierung der Nieren. Damit können auch Salz und Proteine im Harn reguliert werden, wodurch der Bildung von Nierensteinen und somit einer Verstopfung der Harnwege vorgebeugt werden kann. 6. Nahrungsmittel für gesunde Nieren Wassermelone Diese erfrischende Sommerfrucht enthält Antioxidantien, die die Ausleitung von Schadstoffen aus den Nieren fördern und so Krankheiten vorbeugen. Die entwässernden Eigenschaften der Wassermelone sind auch sehr vorteilhaft, da damit im Gewebe eine lagerte Flüssigkeiten ausgeschieden werden können. Darüber hinaus können damit Entzündungen und das Risiko für Infektionen reduziert werden. Die Wassermelone liefert viel Wasser und beugt so einer Dehydrierung vor. Die Zellaktivität wird damit unterstützt und man kann den Elektrolythaushalt regulieren. Entdecke auch diesen Artikel Das Geheimnis der Wassermelone, das deine Muskeln stärken kann 7. Nahrungsmittel für gesunde Nieren Ananas Kaltwasserfisch Auch blauer Fisch genannt, ist eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Diese erfrischende Sommerfrucht enthält Antioxidantien, die die Ausleitung von Schadstoffen aus den Nieren fördern und so Krankheiten vorbeugen. Entdecke auch diesen Artikel Das Geheimnis der Wassermelone Dass deine Muskeln stärken kann Diese tropische Frucht ist vielseitig in ihrer Zubereitung und liefert wichtige Nährstoffe für gesunde Nieren. Hast du diesen Artikel schon gelesen? Trink aus Kokosnuss Ananas und Ingwer Um Gewicht zu verlieren und Flüssigkeit auszuscheiden Vergiss nicht, deine Nieren zu schützen und zu pflegen. Diese Nahrungsmittel können dir dabei helfen, wenn du sie regelmäßig in deine Ernährung einbaust. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017